servus liebe warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um ein world of warcraft handy game welches angeblich in entwicklung war und eingestellt wurde das ganze wurde schon ende vergangener woche bekannt allerdings über das wochenende hatten wir wichtigere themen dementsprechend ich musste ja auch immer so ein bisschen planen weil ich nicht immer zu hause bin kommt es heute allerdings die sache dahinter finde ich relativ interessant denn es berichten nicht nur world of warcraft zugewandte medien davon sondern auch wie hier einfach normale technik pc seiten win future neben diablo immortal und warcraft arglite rumble das habe ich auch schon mal vorgestellt sollte es ein mobile ableger für world of warcraft geben das problem an der geschichte ich hatte das gar nicht auf dem schirm ich dachte mit dem warcraft game wir halt arglite rumble gemeint gewesen das problem an der geschichte meiner meinung nach ist der entwickler net is und was ihr euch erinnern möchte das ist der entwickler der unter anderem diablo immortal zu verwursten hat oder der diablo immortal verwurstet hat heißt höchstwahrscheinlich wenn blizzard hier wieder mit net is zusammengearbeitet hätte wäre ein world of warcraft mmo auf uns zugekommen fürs handy wo wir wahrscheinlich wieder fett hätten rein payen dürfen das spiel war wohl drei jahre in entwicklung es gab mehr als 100 entwickler dabei und die nachrichtenagentur bloomberg das eine internationale agentur beruft sich dabei auf interne quellen das projekt wurde unter dem namen neptune geführt und es gab wohl streitigkeiten bei den finanzen zwischen blizzard und net is ich weiß nicht ob also ich stelle mir da zwei möglichen vor möglichkeiten vor das ist natürlich alles nur rein spekulativ entweder hat oder ging es in diesem streit darum weil ich wie die gewinne aufgeteilt werden zwischen activision und net is version 1 was ich aber für wahrscheinlicher halte ist dass net is dieses spiel auch voll ballern wollte mit microtransactions wie diablo immortal und blizzard hat jetzt nach dem shitstorm gemerkt bei diablo dass sie sowas vielleicht nicht nochmal bringen sollten das geld nehmen sie natürlich mit ja und das spiel wurde super schlecht bewertet nichtsdestotrotz machen sie kohle aber wenn blizzard jetzt auch noch seine wertvollste und größte ip verbrät und da auch so ein shitstorm bekommt ich weiß nicht ob sie sich das noch erlauben könnten und vielleicht war das auch ein hintergrund dass sie gesagt haben hier fahrt das mal ein bisschen zurück net is hat gesagt nö spekulation aber könnte ich mir durchaus vorstellen also dementsprechend gibt es kein wo w mobile game finde ich persönlich gut hier steht auch was in den kommentaren es geht darum dass der entwickler net is auch geld für seine arbeit haben will und anscheinend wollte net ist mehr haben als blizzard dafür zahlen will okay also ging es scheinbar dann wobei ich weiß auch nicht wie gut dieses bild ist mich würde nichts mehr wundern wir haben dazu dann auch noch ein beitrag von wow hat wo das ganze noch mal zusammengefasst ist könnt ihr euch auch noch mal gerne durch lesen wo schon alles mit drin steht was so gecancelt wurde an warcraft handy games unter anderem wohl auch ein titel der so ähnlich sein sollte wie pokémon go nur im warcraft universum weiß ich nicht ob es das gebraucht hätte ich persönlich bräuchte generell kein handy game akklaid rumble das wird wahrscheinlich auch ein ziemlicher cash grab wieder also wenn es an mir geht ich bin jetzt nicht so super böse drum dass dieses game hier ja nicht erscheint keine ahnung wie es letzten endes geworden wäre aber ich glaube ich es hätte bestimmt auch aspekte an dem spiel gegeben die spaß gemacht hätten aber bei diablo immortal finde ich so es gibt aspekte die sind durchaus ganz in ordnung das spiel ist natürlich komplett versaut durch den pay to win modus und so weiter und so fort da braucht man mir auch nichts erzählen es ist schade wie gierig blizzard da geworden ist aber diablo ist halt nicht meine lieblings ip da kann ich nochmal weiß nicht das trifft mich jetzt nicht so krass aber wenn sie mein lieblingsspiel derart versaubeuteln würden fürs handy das würde mich glaube ich auch ziemlich abfacken und da weiß ich nicht ob ich dann noch so begeistert über dieses spiel hier berichten würde auch nicht in der pc version aber gut schreibt mir eure meinung gerne mal in die kommentare damit danke fürs zusehen guten start in die woche und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal